Yo, meine Kartoffe-Freunde! Ja, der Boy hat's drauf, Alter! Zu einer neuen Folge... Jetzt bist du wieder dran. Nämlich der Folge 19. Wir haben eine ausgelassen... Also ich hab eine ausgelassen und... Ja, eigentlich wär's jetzt Folge 20. Also, nein. Nee, jetzt wär's Folge 19. Nee, eigentlich wär's Folge 18 bei mir, so. Ja, eigentlich. Jetzt hat der Boy's gegettet, Mann. Rein vom Rechnerischen her, ja. Erst schnell was. Ich hab den Verzauberungstisch nicht weggepackt! Oh, du Vollidiot. Umdrehen. Zurück oder was, komplett? Na, komm, YOLO. YOLO, swag und so. Obwohl, wenn ich ihn seh, wünschte ich mir, dass ich ihn nicht weggepackt. Wir haben doch DIA-Spitzhacke, wir können doch alles craften, Digga. Wir haben unsere Höhle, da können wir uns Obsidian holen. Okay, nevermind. Das brauchen wir doch dafür, oder? Ja, Mann, du bist der Boy. Sag nicht, ich hab die dabei. Nee, ich hab die DIA-Spitzhacke nicht dabei. Ich hab die in die Kiste gepackt. Du hast eine DIA-Spitzhacke gemacht? Nein, die hab ich aus der Base mitgenommen. Von Maxle und Tom. Achso. Ich dachte, die könnten... Das Gute ist, wenn wir jetzt hier auf die... Du kommst da wahrscheinlich nicht hoch, du kannst diesen Sidejump nicht, ne? Doch, eigentlich schon. Aber jetzt sollte man nicht. Das Gute ist, wenn wir hier auf dem Berg sind, können wir relativ weit gucken, wenn es nicht so schneiden würde. Aber wir können relativ weit gucken, weil Dominik ja die View-Distance eingestellt hat. Ja, du kannst relativ weit gucken, ich nicht so. Ja. Was rüttelt denn das gerade so? Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Das läuft doch nicht hier auf 60 FPS, Mann. Ich habe 120 und das bei dieser Aussicht. F3, wo sehe ich die? Wo stehen die? Oben links, ganz oben links, direkt unter Minecraft. Ganz oben links. Aha, 60 Fast Clouds. So, so. 60 FPS habe ich. Ey, wenn wir die auf dem Berg sind und wir können die da runter shooten, ne? Alter. Schießen. Lass mal da rüber gehen auf den nächsten Berg. Okay. Aber das Schnee hier oben nervt halt so. Ich kann halt gar nichts sehen. Und der Regen auch! Ja, schreib doch Toggle Downfall. Du hast doch OP. Hä? Slash Toggle Leertaste Downfall. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, geht doch. Use Help. Hey, Leute, bei mir sagt er Use Help. Okay. Ja, vielleicht haben wir doch keine OP mehr. Doch, ich habe OP. Ja, wir müssten eigentlich alle noch haben. Ja, ja, sonst kommen wir ja nicht rauf. Er hat alle, die rauf wollen. Ich glaube, außer Tom oder Mexle. Ne, ich glaube, Mexle hat keinen. Ne, ne, der hat gerade einen neu gegeben. Achso, ja, okay, dann. Das sieht schön aus da hinten mit dem Berg. Irgendwie so realistisch! Bei mir ist ja so halb drauf nur. Ja, ja. Ne, ne, da fehlen auch in der Mitte welche. Ja, das meine ich gar nicht. Egal. Da hinten fehlt ein Baum. Vielleicht sollten wir mal... Ach, das ist die Basis. Wir sind... Ich weiß, wo wir sind. Wo sind wir? Achso, wir sind da, ja. Okay, ich erkenne es auch gerade. Ist das eine Base? Ja, rat mal welche. Achso. Spring mal vorsichtig hier runter. Ja, ja, ich bin ganz vorsichtig. Wenn du nicht vorsichtig genug bist, verlierst du zu viel Leben. Ja, du hast zwei Herzen verloren durch den Absturz. Ich dachte, ich verliere mehr. Ich hatte ein bisschen Angst kurz, aber jetzt geht's wieder. So, gut. Die waren vorletzte Folge oder letzte Folge noch bei den beiden. Ich schätze mal eher vorletzte. Ich denke mal in der letzten sind sie weggelaufen. Gut. Die Frage ist nur, wohin? Ja, ich denke mal, die sind Richtung Mitte gegangen. Ich glaube, wir sind gerade voll außen rumgelaufen. Die sind halt... Ich wette, die sind in die Richtung geradeaus, also hinter die Base gegangen. Oder die campen da irgendwo, Alter. Nein, nein, nein. Warte, weiter, weiter, warte. Die sind Richtung... Ich wette mit dir. Ich kenne Dominik jetzt schon eine Weile. Die sind, um alles abzusuchen, jetzt Richtung... Also weg von der Base, in die Richtung, wo ich gucke, gelaufen. Mhm. Und dann gehen sie von da aus nach rechts bis hin zum Wüstenbiom bei uns. Und da werden sie, glaube ich, langsam runtergehen, weil wir doch damals von dem Wüstentempel erzählt haben. Okay, und was machen wir jetzt? Wir gehen dieser Spur hinterher. Und ich frage mich, warum hier ein Kies ist. Wir gehen da jetzt nicht runter, komm. Okay, komm. Das ist ja übertrieben mies, Alter. Das wäre so assi, ne? Das wäre so richtig assi. Die Warten jetzt hier irgendwo haben sich eingebaut, Alter, und jetzt gleich kommen sie so aus der Erde geschossen, mit Schleudersitzen. Und wir so, oh nein, oh nein! Oh, das würde dann alles in Zeitlupe abgeschrieben werden. Hey, wir laufen doch gerade wieder falsch. Du wolltest schon nach da. Ja, nein, da unten. Ich will hier hin, in die Richtung. Und warum denn? Weil Dominik Dini tief in diese Richtung gelaufen ist. Ja, da wollte ich doch auch gerade hin, in die Richtung. Ja, ich habe nur geguckt, was in der Höhle war, du Missgeburt. Achso, ja gut, dann. Du Wichser, Alter. Mach du weiter, Digga, mach du weiter. Hier sind wir auch schon gelaufen, ne? Ich weiß, aber jetzt haben wir eine heiße Spur, Boy. Okay, okay. Ja, Bob, du bist so eine Missgeburt, Alter. Verschlägst du mich? Warum wird es denn jetzt schon wieder Nacht, Alter? Ich hasse, wenn es Nacht ist. Ich bin ja eher so der Nachtmensch. Also Nacht ist mir echt lieber. Ja, das Problem ist aber, wie gesagt, immer noch meine Softbox. Die ist einfach scheiße dafür. Nimm doch einfach eine Lampe. Nein. Und nutze diese. Nö. Ja, eigentlich müsste ich mich auch anstrahlen lassen, aber ich strahle halt gerade gegen die Wand, weil das einfach viel besseres Licht wirkt. Wie bist du? Über dir. Das ist eine japanische V2-Jacke. Eine japanische World War II-Jacke, ne? Was über mir? Wo denn? Ja, jetzt bin ich vor dir. Achso. Ach da, okay. Komm, lass weitergehen. Wir müssen definitiv... Also das Gute ist, wenn die auf ihren Pferden sind, können die nicht sneaken. Das heißt, wir sehen sie eher als sie uns, wenn die mit den Pferden unterwegs sind. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man auf den Pferden Namen sieht. Äh, ja, doch sieht man. Sieht man? Okay. Ja, definitiv. Ja, das siehst du auf jeden Fall. Und selbst wenn, sie sind halt extrem groß. Man sieht die total... Ach ja, für alle, die sich fragen, warum wir wissen, dass sie Pferde haben, wir haben doch ein bisschen verarscht, dass wir ihn gesehen haben. Und dann hat er gemeint, ach, dann habt ihr gesehen, dass wir Pferde haben. Und deswegen... Also wir vermuten, dass sie Pferde haben. Thumbnails. Ja gut, Thumbnails natürlich auch noch. Ja, klar. Kommt auch noch dazu. Digga! Nerv mich nicht. Piss. Spinne, Alter. Kurva! Ja, was ist hier? Hinter dir auch noch mal eine, ne? Ja, okay. Digga, boys! Könnt ihr mal relaxen, Alter? Nö. Siehst du doch. So, weiter geht's. Komm, mal wieder ein Schwein killen. Muss auch mal sein. Ja, gib ihm! Okay, ich muss auch wieder essen. Äh, es kommt. Achtung, zummis, zummis, zummis. Ja, ne, hab ich auch nicht. Okay, cool. Außerdem musst du mir nicht jedes Mal sagen, ah, ich muss mal wieder essen, nur weil du fett bist. Ah! Bruder, was machst du denn? Lass einfach weiterlaufen, weil wir haben keine Zeit, um zu kämpfen. Um ehrlich zu sein. Okay, ich komme. Zu kämpfen ist auch viel zu laut. Mein Spiel hängt! Ich hatte gerade ein Standbild und dann höre ich nur das Zischen. Nice, komm. So lang. Mal gucken, ob sie das vielleicht ein bisschen hören. Vielleicht drehen sie dann um. Oder Domse schiebt so dermaßen Paranoia. Oh mein Gott, oh mein Gott, Gegner. Oh mein Gott, fix, was machen wir? Oh mein Gott, oh mein Gott. Pferde. Pferde. Das ist kein gutes Zeichen. Hallo! Achtung! Oh, mein Enderman. Nein! Das ist da hinten. Ja, schau. Wie er sich am Kreis dreht. Achtung. Er ist weg. Nee, hinter dir. Boah, Digga. Schleck's doch mal und gib mir deine fucking Enderperle. Ja, ich hab eine. Ich hab vier. Wo bist du? Okay, nice. Jetzt haben wir beide wieder drei. Nice. Weil ich einen Umsatz verschwendet hab. Ja, ich hab irgendwie nicht drauf geachtet, dass ich die da hab. Ich brauch die, ähm, mal ins Quick-Inventar. Mach das, mach das. Komm, lass mal ein bisschen schneller laufen hier, ey. Sonst dauert es ja noch wieder acht Folgen, bis wir jemanden finden, ey. Na, wir haben doch schon jemanden gefunden, theoretisch. Ja, aber ich mein, davor... Theoretisch könnten wir noch mal nach unten. Ach ja, die haben ja jetzt die Box mit, die haben ja jetzt die Box mit dem Gold geloopt. Was denn? Digga! Hast du schon mal so einen Baum gesehen? Auf Kohle! Schon ein bisschen komisch, ne? Das ist ja sogar für meine Verhältnisse. Da krieg ja sogar ich Angst. Okay, gut. Weiter geht's. Vielleicht ist es eine Falle. Ey, wette, Dominik hat ein Baumhaus gebaut, weil das so eine geniale Idee war damals. Außerdem gehen wir doch jetzt in die Richtung deren Basis. Wo bist du? Bist du das hinter mir? Hallo? Okay. Ja, das bin ich. Ich komm hier nur nicht hoch. Alter, was ist hier? Weil du zu fett bist. Nee, Achtung, Creeper. Creeper? Zombie. Nee, hinter dir, hinter dir. Ich hab kein... Warum stirbt der nicht? Weil ich der Boy bin. So gut, komm mit. Oh, das ist eine Kuh. Wir müssen so in Richtung... Lauf einfach weiter. Ich hab kein Problem mehr gegen diese scheiß Zombies zu kämpfen. Die machen mich richtig aggressive, Alter. Ist Dominik Richtung Sumpfbiom gegangen? Ja, ne? Er ist vom Spawn aus nach oben gegangen, ne? Ja, dann müssen wir... Wir müssen das wissen. Hä, weil wir doch damals... Weil die Kiste in deren Richtung... In diese Richtung steht. Und in die Richtung sind sie damals gegangen. Das heißt, vielleicht gehen sie auch erstmal in deren Basis und versuchen da irgendwie was, äh, zu saven. Weißen. Okay. Ja, lass mal weitermachen. Gib mir mal Deckung von dem scheiß Skelett. Ja, wenn's ankommt... Ist's auf mich, die Mist gebaut. Er ist tot. Also man kann Spieler jetzt wirklich unfassbar weit sehen. Boah, sie machen Sachen jetzt. Ich hab geguckt, ob die Boys hier irgendwo gammeln, aber irgendwie... Irgendwie nicht, ne? Schwimmen wir jetzt da rüber. Echt übers Wasser? So, komm mit. Boah, ihr followst... Jetzt hab ich den scheiß wieder aufgesammelt. Bist du mir am abfollowen? Ja, ich folg dir. Warum hab ich jetzt den scheiß wieder aufgesammelt? So ne Kacke. Boah, ist ja was ganz Neues, ja, du. Digga, boah, ey, Mann. Ich bin halt so konzentriert gerade, dass ich gar nicht richtig kommentieren kann, Digga. Übel. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja. Äh, Mann. Ich bin unten, ne? Ja, ja, ich guck mal so around. Jetzt gleich so boom, Alter. So wie damals. Wo bist du? Ja, und wir nur so... Nein. Lauf, Digga. Lauf. Ich bin hier. Hier, hier. Gipfel. Hinter dir. Jetzt geradeaus. Nein, halt. Wo läufst du denn hin? Hier. Siehst du mich nicht? Oder? Hinter dir! Ist ne Kuh, glaub ich. War da ne Kuh hinter dir? Keine Ahnung. Smooth auf jeden Fall irgendwas, aber... Keine Ahnung was. Komm, lass weiterlaufen. Ja, da unten ist ne Kuh. Mhh. Äh, wollen wir mal in das Bergbiom da gehen? Können wir. Richtung, Richtung. Mountain. Walken. Können wir, können wir. Oh, Alter. Kannst du mich mal hitten? Für dieses Stenglish. Ja, für dieses Stenglish. Nö, du? Alter, oben ist ein Skelett. Ich dachte, da wäre der Crouch ein Spiel ab. So, ich bin ein bisschen hinter dir, ne? Boy, was machst du? Was bist du am Dune? Domme. Wir dürfen uns echt nicht trennen, Bruder. Bin da. Bin da, der Boy ist am Stesel. Ich bin da. Das sind immer so die langweiligsten Folgen, wenn man sich sucht, ey. Nö, ich finde die Farmfolgen schlimmer. Jetzt könnte wenigstens noch irgendwas passieren. Ja, schon. Alter, dieses Atmen von den Kühen, Alter. Geht gar nicht. Digga, hört auf zu... Ah! Hast du das uns gelehrt? Die Missgeburt. Da unten ist noch eins. Gute zu wenigstens wieder Tag. Ja, Mann. Brennt! Entschuldigung. Kann ich wieder ein bisschen was sehen, ne? So, nu. Immer weiter in die Richtung, Dude. Ah, ja. Ich würde sagen, die nächsten paar Folgen geben wir denen unsere Cords. Yo, Boys. Hier sind wir. Dann geben wir denen falsch, hä? Dann schleichen wir uns an. Dann rennen wir auch zu den Cords, meinst du? Ne, wir verstecken uns da. Oder wir bauen ne epische Festung. Das wäre natürlich richtig episch. Da hab ich ihn jetzt. Immer noch 60, ja, wäre natürlich nice, ne? So. Dude, wo sind die Enemies am Bean? Können wir mal bitte aufführen, so zurückgehe ich gar nicht. Ich will weiter in die Richtung. Da hinten ist die Höhle, in die du gefallen bist, glaub ich. Folgenende, Digga, Alter. Dudes. Erfolgreich gesucht und gefunden. Basel, Digga. Ich ramele dir die Panzerfaust in den Anus. Ich würde sagen, guck bei den anderen vorbei. Mach, mach, mach. Komm. Ich hab dich grad geschlagen und dann kommst du aber close, Alter. In dem Sinne, Freunde. Schau bei den anderen vorbei. Daumen hoch, Daumen runter. Tschüss. Penis. Tschüss. 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 Tschüss.